Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte... Genau, wir können noch zwei davon machen. Das machen wir auch gleich. Fleisch mit Soße. Okay, das wird das neue Ding werden. Ähm... Nice. Das heißt... Aber auch, dass wir hier... Ähm... Was in die Truhe packen müssen. Für die Dorfbewohner. Warum ist das denn jetzt schon wieder getrennt? Ist doch genau dasselbe. Muss ich nicht verstehen. Ähm... Werde ich auch wahrscheinlich nicht. Ah... Verstehe. Äh... Okay. Das ist... Äh... Weird. Was war ein E? Ich habe jetzt gerade E gedrückt, aber... Ach so. Äh... Transferieren. Und zwar... Ich sag mal... Zehn. Das müsste ja... Mehr als ausreichend sein. Dann haben die da zwölf. Genau. Und... Ich kann die Jagd... Kann ich mit der Jagdhütte weitermachen? Ja. Ich kann mit der Jagdhütte weitermachen. Dann kann... Die gute Dame... Nein, ich habe keine Steine. Ich brauche Steine. Steine. Wie viele Steine brauche ich denn? Einen. Cool. Ähm... Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Grabstätte. Ausgrabungsstätte? Ne, heißt es. Ähm... Aber dafür... Brauchen wir den... Aber auch noch ein Haus. Ist alles nicht so einfach, ne? Es sei denn, wir suchen uns einen Typen. Wir brauchen ja sowieso mehr Häuser. Komm. Dann bauen wir danach noch ein Häuschen. Ähm... Dann eine Grabungsstätte. Und suchen jemanden, der da richtig Bock drauf hat. Ja, und dann haben wir schon mal Steine, Essen, Wasser haben wir auch. Dann brauchen wir eigentlich auch noch jemanden, der oder die Stämme fällt. Dann brauchen wir noch jemanden, der die Stöcker sammelt. Und so weiter und so fort, ne? Also, das wird schon... Wird schon kritisch werden. Und ich muss natürlich gucken, dass ich jetzt nicht über mein Häuser-Limit drüber komme. Ich glaube, ich kann nur noch zwei Häuser bauen danach, ne? Aber die Jagdhütte brauchen wir so oder so. Sonst hat man nichts zu futtern. Und dann müssen wir nicht selber jagen. Das ist... Kann man machen, aber... Dann machst du den ganzen Tag nichts anderes mehr. Irgendwann. Pock, Pock, Pock. Hier regnet es noch rein. Und gleich aber nicht mehr. Nice. Mit Baum. Okay, cool. Dann können wir... Es ist sehr laut hier. Dann können wir Verwaltung. Sie ist mehr oder weniger glücklich. Wahrscheinlich gleich nicht mehr, wenn sie arbeiten muss. Und zwar Jagdhütte. Guck mal, wir haben noch Schmiede, Werkstatt, Holzschuppen. Aber sie kommt in die Jagdhütte. Arbeiter zuweisen. Jäger. Braucht sie denn hier irgendetwas dazu? Gute Frage. Nächste Frage, ne? Achso. Zuweisung verwalten. Hab ich doch. Nee. Geh mal zurück. Detailsanzeigen. Entfernen. Auswahl. Tabs. Ja, nee. Passt doch. So. Jetzt müsste sie. Gewinnung. Holzschuppen. Jagd. Jagdhütte. Was müssen wir hier noch machen? Produktion nicht eingestellt. Ähä. Was ist das? Ah. Also wir brauchen Fleisch. Kein Werkzeug. Da geht's los, ne? Wir brauchen Fleisch. Sag ich mal zu 50% bestimmt, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Wir haben aber kein Werkzeug. Wir brauchen Leder zu 20% und wir brauchen Pelz zu 20%. Trockenfleisch brauchen wir nicht, dann machen wir 25. Dann ist sie auch ausgelastet. Und dann gucken wir mal, was die Gute denn braucht. Achso. Messer. 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 Das heißt, für Messer brauchen wir wieder Stein. Und Stein haben wir nicht. Äh. Okay. Äh. Steine. Ein Stein. Das geht nicht. Ähm. Hier sind noch Steine. 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 Oh, ja. Noch mehr Steine. Ich folge dieser, dieser, dieser Spur, äh, dieser Steinspur. Wir werden doch gleich schon wieder sterben. Ich weiß nicht ganz genau. Dann können wir Messer machen. Machen wir gleich ein paar. Dann müsste das ja passen, wenn wir die ins Materiallager packen, oder? Oder nicht? Oder doch? Wir probieren das mal aus. Wenn das alles logisch ist. Ich hab mich verlaufen. Okay, hier. Ähm. Wenn das alles logisch ist, müsste das so sein. Ja, guck mal. Das wird schön hier. Wie schön das wird. Materiallager ist da. Auch hier. Oh, wie der Dach, äh, wie der Regen aufs Dach, äh, briselt, prasselt, äh, tropfelt. Messer, 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 Messer. Mehr herstellen. Ja, mach doch gleich mal, mach doch gleich mal acht Stück. Was? Wir haben ja nichts zu verlieren. Oh, so. Jucken, kratzen. Ähm, okay. Wenn wir hier, ich probiere das jetzt mal aus. Messer müsste dann ja hier sein. Messer, Steinmesser. Neun Stück mit 100%. Transferieren. Stapel transferieren. Okay, nice. So, das heißt, wenn ich hier jetzt reingucke, wo war das gewesen? Hier unter Verwaltung, Jagd, Jagdhütte, kein Werkzeug. Aber warum kein Werkzeug? Doch, steht hier. Gesamttag, Jagd, zwei. Oder muss ich das jetzt erst holen und da geht so viel Zeit drauf? Ich weiß nicht. Nee, jetzt ist, ah, jetzt ist es weg. Okay, alles klar. Ist das Ausrufezeichen weg? Ah, okay. Das jagt sie also unter der DS 24 Fleisch am Tag. Okay, kriegen wir das auch rund? Ne, kriegen wir nicht hin. Warum kriegen wir das denn nicht rund? Das ist ja totale Verschwendung. Warum geht das nicht rund? Was für ein Quatsch. 24,89 pro Tag. Dann hätte ich hier gerne 5. Pelz hätte ich aber auch ganz gerne mehr. 7. Ah, was denn? Das ist wild. Dann machen wir 22,9 Fleisch am Tag. Das müsste auch reichen. Das sind 100 Fleisch fast im, nee, das sind über 100 Fleisch im Jahr, also in der Produktion. In der Jahreszeit, in dieser Jahreszeit, Sommer zum Beispiel, sind das 100 Fleisch, das ist in einem Jahr 400, das müsste eigentlich ausreichen. Dann haben wir noch Beeren und so ein Kram. Ja, passt. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden für den Holzschuppen. Was brauchen wir denn eigentlich? Holzschuppentechnisch. Okay, Holzstamm, Axt. Okay, dann machen wir, wir machen, wir brauchen einen, der macht nichts anderes als Holzstämme, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir 80, nee, machen wir nicht. Machen wir 50 davon, dann Stöcker brauchen wir natürlich auch. Äh, 20%, 10% Brennholz, und dann haben wir noch 20% Bretter. Das könnte eventuell für den Anfang reichen. Wir brauchen Axt, 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 Axt. Okay, also brauchen wir Axt, die können wir ja schon mal herstellen. Ähm, oder aber auch nicht, weil wir keine Steine haben. Höhöhöhöhö. Okay. Ähm, achso, und, äh, häusertechnisch. Wir können auch zwei Häuser machen. Wir haben den Holzschuppen, dafür brauchen wir jemanden. Und, was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Also, erst mal ein weiteres Haus. ein weiteres Haus. Und das sieht so aus, als ob das hier reinpassen würde. Okay, erschreckt mich halt mega. Ähm, ein Haus, ein Haus, ein Haus, ein Haus. Machen wir das hier komplett gerade? Ein, fast so. Okay, dann machen wir das gerade. Ich meine, irgendwann können wir das nicht mehr gerade machen, da wir ja so ein bisschen auch mit der, äh, Krümmung des, äh, Sees mitgehen müssen, ne? Ah, wir haben keine Steine. Tollkirsche. Cool. Ähm, Steine. Wir brauchen wieder Steine. 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 Stöcker. Und hier ist ein Holzstamm. Ähm. Stein. Hier sind, glaube ich, noch Bären, ne? Also Blaubeeren. Ja, die nehmen wir mal mit. Was war Hammer. Die halten dann ja auch ein ganzes Jahr im Nahrungsmittellager. Steine, Steine, Bären. Ähm, Bichte, Bären, Zweige. So, Bären, Stöcker. So, so, so. Bären, 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 Zweige, Bären, Bären, Bären. Steine müssen, hier eigentlich am Busch wachsen. So viele, wie wir davon brauchen. Und wir bauen ja noch nicht mal Steinhäuser. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Warum, frage ich mich. Wir haben Sommer und es regnet. Es hat im Frühling, es ist, glaube ich, nicht einmal geregnet, oder? Echt viele Bären. Das Coole ist, die kann man so nebenbei mal mitnehmen, einfach, ne? Und wenn wir aber Häuser bauen, müssen wir aufpassen, dass wir hier die Bären nicht überbauen, weil die sind dann weg. Und dann war es das mit Bären. Dann hat es sich ausgebärt. Steine, Steine, Steine. Stöcker, Steine. Über sieben Steine musst du gehen. Sieben harte Stöcker überleben. Sieben Mal wirst du die Kohle sein. Denn auch Brennhold wird bei dir sein. Wow, das war wow. Ich hab, kam gerade auch ein bisschen kurz damit hoch. Uff. Vollkirsche. Cool. Für vergiftete Pfeile oder so, war es wahrscheinlich ganz cool. Oh, ich hab jetzt schon keinen Überblick mehr, wo was steht. Okay, das müsste dann das Nahrungsmittellager sein. Ähm, dann packen wir, oh, und 224 Bärchen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Äh, ähm, warum? Achso, jetzt hab ich's rücken. Nein, 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 mach das nicht, nein. Äh, Fleisch mit Soße, Zwiebeln, Tollkirsche, Tollkirsche kommt hier auch mit rein. Warum ist denn jetzt Breitwegericht da drüben drin? Kann mir das mal einer erklären? Das hat hier gar nichts drin verloren. Tollkirsche, ach nee, Tollkirsche ist auch Material. Ah, okay. Okay, unreife Beere, ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, es ist mir, äh, ein Rätsel. Aber gut, die Zwiebeln, lass ich mal, ich muss nur aufpassen, dass ich die, ähm, nicht mit über die Jahreszeit hinausnehme, weil sonst wird's, Haarisch. Guck mal, 5 Fleisch haben wir auch schön. Schön. Schön, schön, schön. Ähm, hier haben wir auch noch mal ein bisschen Fleisch. Nice. Auch das, auch das. Ähm, wir können gleich mal noch ein Hämmerchen machen. Ein Hammer. Und zwar, oh, wir können, wir haben gar nicht mehr so viele Holzstämme. Überleg mal. Äh, jajajajajaj. Aber ich muss sagen, es wird. Und ich glaube, es wird sogar richtig schön. hier ist übrigens eine Hütte, wo wir einmal noch ein Fenster reinmachen können. Einfach, weil es hier schön ist. Macht theoretisch keinen Sinn, weil umso mehr Fenster du hast, ähm, umso kälter ist es in der Butze. aber Optik geht vor Nutzen. Das ist ja ganz klar. Nun. Und, äh, wir gehen wahrscheinlich nie wieder in diese Hütte rein. hier wohnt dann jemand drin und fertig. Also, wir sind ja hier auch nur Vermieter. Ähm, mir doch egal, wenn es hier zieht. Also, ich soll mich jetzt nicht so anstellen, ne? Sollte halt Fälle vor die Fenster hängen. Da kenne ich ja nichts. Ich würde froh sein, dass es nicht reinregnet. So sieht es nämlich aus am Ende des Tages. Jetzt wird es aber langsam kritisch hier mit den Holzstämmen. Also, wir müssen in dieser Jahreszeit, oh, das Feld müssen wir auch noch machen, ne? Oh, das sollten wir demnächst in Angriff nehmen. Gehen wir vorher nochmal ins Dorf, ist die Frage. Und gucken nach Personal. ich weiß es nicht. Hm. Und die Sense müssen wir auch noch machen. Die Sense, 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 Ähm, Esse, Truhe, Werkbank, Holzwaffen, ne, Holzwerkzeuge brauchen wir. Holzwerkzeuge, oh, ha, Steinwerkzeuge, hier, Steinsichel, jawohl. Dann können wir nämlich den Flachs vom Feld holen. Und dann könnten wir theoretisch eigentlich auch den ganzen Kohl anbauen. hier sind noch mehr Bären, ja, klar. Hm, warum eigentlich nicht, ist die Frage. Warum eigentlich nicht Fertigkeiten? Ja, ruhige Hand, okay, Schleicher, 25% wenige Geräusche beim Schleichen oder ruhigere Hand. Nehmen wir mal das hier. Äh, wir haben ja noch nicht einmal, sich zum Bogen könnten wir dann auch machen. 42 Dünge. Ich brauche aber die Steinsichel und die packe ich mal. Was hatten wir denn auf der 3 gehabt? Na ja, jetzt haben wir die Steinsichel auf der 3. Na ja, okay, cool. Das ist ja total toll. Eselstall. Was können wir denn mit Eseln machen? Können wir die als Packesel verwenden? Unser Inventar vergrößern, was wir natürlich nicht brauchen in dem Fall? Oder einfach eine Eselzucht machen? Oder vielleicht auch Eselfleisch essen? Schon mal jemand Esel gegessen? Sollte man Esel essen? Kann man Esel essen? Schmecken die? Macht das überhaupt Sinn? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Esel. Ne. Sehe ich irgendwie nicht als Hauptnahrungsquelle. Ja, klar. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Achso. Da müssen wir hin. Kann man auch den einen oder anderen Stein mitnehmen? Hier vielleicht. Hier. Dann machen wir doch noch mal zwei davon. Mehr, mehr können wir auch nicht machen. Mehr können wir auch nicht machen. Na nun. Also, die Haltbarkeit von der Steinsichel ist, ähm, passt nicht gegeben. Kriegen wir nicht mal ein Feld mit hin? Ein Feld ist nicht viel. Na nun. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was stehen lassen. Hier stelle ich mich auch einfach blöd an. Kann natürlich auch sein. Ja, okay. Ah. Also nicht ganz nach unten gucken, aber es ist sehr, sehr hügelig hier tatsächlich. Das ist sehr, sehr hügelig. Was haben wir denn jetzt eigentlich an? 418 Flachs. Das ist ja ganz angenehm. Ähm. So, wir brauchen eine Hacke. Die Hacke, die hat sich auch schon, die ist, äh, wir brauchen eine, 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 eine Hacke. Hier brauchen wir noch eine Hacke. Da brauchen wir einfach noch eine und dann haben wir jetzt zwei. Äh, ach so, Dünger. Säckchen. Ähm. Dann können wir eventuell noch, ich brauche Leder. Fuck. Das heißt, ich muss jagen gehen. Ähm, das heißt, ich muss, ich, ich speichere mal hier, äh, auf F. Einfach, weil ich es kann. Und vielleicht auch sollte. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jagen. Aber, erst in der nächsten Folge. Denn, es ist schon wieder Zeit. Die Zeit rennt. Das ist schon, krass. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und, äh, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.